Hast du noch den Cabin Key dabei? Sag nicht, ich brauch den. Ja, du musst den Raum aufmachen, wo du das ablegen musst. Ist mir grad eingefallen. Ich hab den ja auch noch bekommen, aber ich hab Custom-Spie nur dabei, den Office-Spie. Ich hasse den Haarkampf. Klick, klöck. Ja, Laser-Ready-Einschein und so. Ich hasse es übrigens hier zu spawnen. Ich werd hier einfach immer getötet. Der spawnen hier ist eigentlich voll okay. Musst halt nur auf drüben aufpassen. Aber die Leute, die da drüben spawnen, die rennen meistens Raid Dorms, so wie ich. Ja. Ich würd kurz Tanker abchecken, ob Skeppos da ist. Danach Dorms laufen. Also außen sieht leer aus, aber ich geh trotzdem hin. Oh, nicht außen. Die CT brauch ich nicht mehr, ich brauch nur den Kill. Okay. Achso, ja, okay. Die hab ich vorher schon aufbewahrt. Ja. Schon abgegeben. Man braucht die goldene CT? Ja, Fountain Raid. Naja, wir sind nicht da. Then into the Dorms. Nein, ich kann nicht springen. Die Waffe hört sich an, halt wirklich wie so ne Airsoft Pistole, alter. Ne, wie so ne Airsoft SMG. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist ne Kledder? Ja. Ich glaub ja, ne? Für ne PPSH ist es zu langsam. Ja. Weil die Waffe macht wirklich brrrr. Ja, und für ne MP5 ist es zu langsam. Äh, ist auch für ne MP5 ist es zu langsam. Ne, der klingt anders. Und auch anders. Ja, die Steps haben sich grad absolut nicht da angehört, wo du bist. Vielleicht war... Ah, rechts! Äh, in den Dorms rennt. Stein. Jo. Ich mach unten Tür auf. Vielleicht ist er unten. Wahrscheinlich für ne Quest. Ja, unten. Ist down. Da ist noch einer. Ja, piek dir nicht. Das ist ne Mose. Ne, ne, ne. Ich muss mich kurz heilen und dann geh ich gleich vor der Eingang rein. Ich weiß nicht. Vielleicht kannst du hier kurz Agro ziehen oder so. Dann kann ich reinpushen. Kannst du Türf machen? Ne. Und kurz Agro ziehen? Muss nur nen Shot baiten oder so. Mhm. Ja, der ist im hinteren Bereich. Ja. Ja. Ist down. Nice. Sehr schön. Da ist noch einer. Ne, der lebt noch. Ne. 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 Die gehört noch was. Ja, ich heim die Tür ab. Wenn er jetzt nicht down ist, dann weiß ich auch nicht. Ich geh pushen. Hinten Tür. Oh, oh, hinter uns. Mein Bein ist ripp. Ja. Na wen? Draußen. Ja. Ich versteh, Mosin. Mosin down. Nice. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. bei dir. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Ich kann dir gleich helfen. Ich muss nur meinen Beinbrauch heilen. Wo ist die Stacheldraht, Alter? Äh, oben. In einem Raum. Wo bist du? Ja, ich bin auch immer draußen. Da, wo wir reingegangen sind von. Hat er von drinnen geschossen oder von draußen? Von der Mitte, vom Eingang. Aber er hat halt Stacheldraht genommen. Okay, ich push jetzt zum Eingang. Du steppst? Ne. Nicht mehr. Hier draußen hab ich kurz nichts gesehen. Ich würd mich kurz, äh, vollhören. Ich bin oben. Ja, der ist auch. Ich bin das. Ab ihn. Nice. Ich dachte, das wärst du. Das wär ich nicht geschossen. Ich hab nur gesagt, ich bin draußen. War einer oder mehrere? Das, nur einer glaub ich. Okay. Äh, ne, hier steppt noch was. Oben. Oh, okay. Metall. Am Eingang. Könnte Minus sein. Kannst du gucken? Außen rumlaufen schnell. Ja, warte. Ich halte. Ja, ich mach. Bist du Busch? Ja, ja. Okay. Ja, oben ist, also. Wenn, dann müsst ihr an der Treppe liegen. Ne, ist noch. Ne, ist noch. Sind noch zwei draußen. Ja, ja, ja. Ich bin tot. Ist tot, scheiße. Fuck, man. Hab bekommen noch Muni gedötet. Und bin quasi ripped out of medics. Die hängen beide um der Ecke von, äh, der Seite, wo wir gebrochen sind. Hat der eine eine Ashe-12 gehabt, eine Gesilencer? Das klang so irgendwie. So richtig dick. Nee, das war ne. Das war ne SKS, die Gesilence war. Okay. Das war ne HLF. Ah, fuck my life. Beide Arme sind ripped, ey. Meine Amor ist auch tot. Hat der denn schon vorgehabt? Ach, fünf Punkte. Ach komm schon. Was ist denn der Satz? Der ballert noch irgendwo was. Ich bin der Ballert noch irgendwo was. Das war's für heute! Mit mehr Money mitnehmen sollen. Ich hoffe, die denken immer, dass ich an einer Treppe bin, weil wenn ja, dann kann ich die Easy hier jetzt schnell weg sprayen, wenn sie vorbeilaufen. Das sind halt auf jeden Fall zwei. Ja, aber die haben Hits. Ich habe das Gefühl, die machen hier so richtig taktisch, so einer aimt ab, der eine pusht einen Raum weiter vor und dann immer abwechselnd so, weißt du? Ja, so klingt das zumindest vom Movement her. Und die laufen langsam, die sneaken. Oh, Feuermodus gewechselt. Oh je, ich werde drauf gehen. Er looted oder was? Tatsächlich. Meine Amos hat leider komplett Ripp quasi. Hab beide. Nice. Uff. Sehr schön. Schade, dass du aufgangen bist. Aber gut, konntest nicht wissen, dass da noch mehr sind. Ja, leider. Bist halt blind, mein Befehl befolgt. Weiß ich nie wieder. Ja. 7,5 Punkte, alter. Holy moly. Ja, und dann ist jetzt erstmal, äh, zack, hast ja schon angesagt. Und 60 am Extreme. Mhm. Und so wie ich das angehört hat, äh, ist wahrscheinlich nicht nebenan der Skeft Pass. Das heißt, wir gehen jetzt wahrscheinlich nochmal Customs. Ja, du musst doch sowieso Customs. Du kriegst, du kriegst den Kevin Key von Skiern für die Quest, ne? Ja, ja, den hab ich auch. Also, nimm den an, pack den mit ein. Hast du einen Key für oder sowas? Okay. Nö, nichts. Damn, ja, GG, dude. Sehr nett. Äh, waren wir zwei oder drei Leute? Weil ich einen Mann auf den Städten sah, äh, äh, in der Entrance des Gebäudes. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn habe oder nicht. Zwei. Okay. Also, ihr überlebt, ich glaube. Warum dauert 60er McBreen so lange? Wie du noch vorhin gesagt hast, so. Ja, wenn ich sterbe, kannst du ja die McSaber mitnehmen. Ey, es war nicht geplant, dass du stirbst, okay? Gucken wir, ob da noch welche sind. Die haben bestimmt auch noch McSaber. 15. Ey, 24 Stunden wach. Ach, der ist auch. Ja, die kommen notfalls besser als nix. Die sind nicht mal voll. Was ist das? Na gut, mit dem hat er auch noch rausgeholzt gerade. Neue Pinkler. Ja, warum nicht? Oh ja, Medic. Sehr schön. Ey, konnte man Skyring? Ah ne, in Sickcase konnte man die reinpacken. Uh, der hat BP-Money gefunden. Nice. Uh. Nehme ich mit? Ja, ich habe ein voller 60er. Nice. Was ist das für ein AKM? Ähm. Ohne Gescheidnis als geist. Achter, ne, die AKM 101 ist von dir, glaube ich. Nee, das ist möglich. Ich säg die gleich mal. Ja, die 101 ist von mir, ja. Die so im Moment, wenn man einfach nur so 10% zu hat. Gut, dann drücke ich deine AK kurz. Jo. Komm, flieg doch da rüber. Ähm. Ich glaub das ganz gut. So, mit den beiden war ich durch. Dann der hier vorne noch. Der hat auch ne AK. Na gut, ich denke das voraus halt ein RIP, ne? Warum hat der drei Splints dabei? Drei. Oh. Ja, warum denn nicht? Und nochmal Nates. Zum Anfänger was für Ammo? Pt, hm. Komm, nehm mal mit. Dann geh ich auch gleich zum Exit, ne? Jo. It's so find it. So, ein geiles Lied. Hm. So, alles klar. Abwart. Ähm. Aber ich kann den Markt noch gucken, tatsächlich. Ja, stimmt. Könnte wahrscheinlich nix sein, ne? Ah, hier liegt ja noch der andere Dude. Uh, der in der Redout. Der will 5 Euro, die nehme ich mit. 39 Punkte. Und ein Tricep. Kannst du mir jetzt eine Ammo mitbringen? Ja. Die haben saftig kassiert. Ja, auf jeden Fall. So, moin Captain Leslie Hero. Wenn du rein schaust. Ähm, die AK nehme ich noch mit. Die Zordines kommt mit. Der Helm kommt mit. Hm. Licht ist aus. Sehr schön. Bewege ich. 46, okay. Und links ist Party. Attraction. Mir egal. Wenn sie zu mir kommen, dann kommen sie. Ich geh nicht hin. Wahrscheinlich hat irgendein Sneaky Dude mag nun geloodet. Dreier unten ist auf jeden Fall offen. So ein Hedgeling. Wahrscheinlich. Ja. So ein Hedgeling mit Skept backpack. Hm. Nee, ist noch zu. Hm. Lul. So, komm schon. Weapon Case. Das wär fucking awesome. Jawoll! Weapon Case und ne Ersas. Ich hasse dich, älter. Alta. Ich hasse dich, älter. Sport ist da. Äh. Äh. Es gibt keine Person mehr, die ich hasse. Äh. Tschüss. I'm out here. Was für ein Glück. Ja, man. Clip. Ich hab nicht mal einen 60er Mac geladen, sehe ich, glaube ich. Ach hier, komm, scheiß auf Level 8. Wobei. Ich kann's einfach so machen. Und so. Dann kann ich nachladen, ohne Mac zu dusen. Warum sind alle meine Clips mittlerweile in 0,25 und ich kann's nicht einstellen. Wie, 0,25? Was meinst du? Ich hab keine Ahnung. Team Endkompetenz und so, du weißt. Das wären so die Gründe, die mir dafür jetzt einfallen. Mhm. Alter, das waren wie viele Player? Erst der eine unten. Danach die Mosin sind zwei. Dann der Typ oben sind drei. Plus die anderen zwei sind fünf. Draußen kam noch einer, den ich getötet hatte. Ja. So ein sechs. Ja, aber. Hört jetzt, meine Kills kurz. 15. Okay. Ja. Zeck. Alter, Construction ist richtig Party bei der Grube. Mega, ich brauche Ausdauer. Ich hoffe, das Boot ist offen. Ja. Ne, Mac, du rum. Key. Erstmal ne R, so ein Weapon Case gegönnt, ey. Beste Leben. Welchen Key braucht man für den? Äh, den Mac Key. Das ist so ein brauner Schlüssel. Ein brauner Dünner. Der hat 25, äh, Nutzungen. Und, sieht aus. Ja, Boot ist da. Wie kann man so... Jackpot. Kann man so viel Glück haben, Alter. Ach ja, wo findet man den? In Scared Backpacks oder in Jacken?